Bienvenidos! Ein kleines Rätsel! Wo bin ich? Was ist das? Eine Tortilla! Genau! Ich bin in Mexiko und hier haben wir den Film gedreht Que Caramba es la vida! Dieses schöne Scheißleben! Und ich möchte Sie und Euch herzlich einladen diesen Film zu sehen und er wird genau hier in diesem Kino laufen. Und Tortillas wird es da leider nicht geben, aber irgendwas muss es auch nur hier in Mexiko geben. Also, wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr kommt und diesen Film anschaut über sehr lustige und sehr starke Frauen, die tolle Musik machen und einen Kampf führen in ihrem täglichen Leben, wie wir auch unter Umständen manchmal. Also, viel Spaß! Mutti Gusto! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Und mein Charakter ist wirklich sehr stark. Ich habe das so gemacht, denn ich bin zwischen Menschen. Und ich brauche auch einen starken Charakter. Wir waren der ersten Mannschaften Femenin vor 50 Jahren. Wir sind alle Mädchen, schönes, nicht wie die du gerade sehen. Ja noch nicht die gleiche Art von der Musik. Meine Frau geht nur auf. Und jetzt ist die Drogen sehr stark. Für die Verkunft. Es gibt keine Fähigkeiten für die Frau. Hay que encarar más la vida, nos juega como un muñeco, pero hay que padre es la vida. Te faltaron lavar los trastes, soy artista, no me acuerdo.